Aktien in Fokus heißt das Format von Free Stocks und Fit for Finanz. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jägen wird ebenso dabei sein. Heute sprechen wir über einen der großen Netzwerkausrüster weltweit. Da kannst du schon mal rätseln, um welche Aktie es geht. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Ich glaube, so viel muss man gar nicht rätseln. Das liegt ja schon auf der Hand, wenn man immer verfolgt, welche Unternehmen Quartalszahlen melden, oder? Ganz genau. Und demzufolge geht es heute um die Cisco Systems, ein führendes Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Und da gibt es tatsächlich Hardware ohne Ende, möchte ich fast sagen. Also da fühlt man sich, wenn man technikbasiert ist wie im Himmel, wenn man dann die Produkte sich anschaut. Mit ganz kleinen Switchern und Internet-Routern ging es tatsächlich los. Heute sehen die Produkte hochkomplex aus. Und da kann man ganze Tonstudios und so weiter ausrüsten und dann immer live on air bleiben. Ja, ganz genau. Und das hat schon eine lange Historie hinter sich. Letztendlich 1984 gegründet von einer Gruppe von Wissenschaftlern der Stanford University in San Francisco. Und da ist man auch sehr schnell gewachsen. Hat auch als erster einen Multiprotokoll-Routor als Mischung aus Hardware und intelligenter Software letztendlich implementiert für Networking-Plattformen. Und ja, wie gesagt, der Internet-Boom letztendlich hat natürlich auch einen riesen Hype ausgelöst bei der Aktie dieses Unternehmens. Wenn man das mal hochrechnet vom IPO 1990 und das Ganze dann auch noch um die jeweiligen Aktien-Splits hier bereinigt, ist die Aktien um sagenhafte 96.000 Prozent hier von 8 Cent auf 77 Dollar entsprechend gestiegen. Im März 2000, das ist natürlich eine exorbitante Rallye gewesen. Und danach auch wie exorbitant gefallen. Deswegen vergleicht man Cisco Systems mit der Jahrtausendwende mit den aktuellen Daten von Nvidia. Aber da wollen wir gar nicht zu stark darauf eingehen. Es geht ja um Cisco Systems. Aber Nvidia erwähne ich nachher trotzdem noch einmal. Denn die Aktie und das Unternehmen hat im letzten Jahr so ein bisschen geschwächelt. Und da kam eben gerade die Idee ins Spiel, dass man auch in Richtung künstliche Intelligenz dort die Weichen technischerweise stellen kann. Ja, ganz genau. Das hat der CEO auch kürzlich hier nochmal bekräftigt. Also es gibt durchaus schlechte Aussichten. Und er sieht einen gesättigten Bedarf im Bereich von Netzwerk-Hardware. Und nach starken Quartalen, die man durchaus hatte auch in der Vergangenheit. Aber das Ganze kam jetzt etwas zurück. Von daher viele der Unternehmenskunden, die sind aktuell noch mit der Installation und Implementierung der Produkte beschäftigt und brauchen da nicht so recht die neue Hardware. Von daher sucht man auch nach neuen Lösungen und hat da auch neue Partnerschaften geschlossen. Und da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genau, da geht es um Transformationen, Infrastruktur und was es nicht alles gibt. Und auch Schützen des Unternehmens vor Hackern und so weiter kommt hier bei Cisco jetzt auf die Tagesordnung. Wir schauen erst mal auf das Gesamtjahr 2023 im Vergleich zu 2022. Da sehe ich grüne Zahlen. Also das können sich sehen lassen. Ja, auf jeden Fall starke Wachstumsraten in den unterschiedlichsten Regionen der Welt, sowohl in den USA als auch im europäischen und auch im pazifischen Raum, hat man da durchaus stark zulegen können. Das ist aber eben die Jahreszahl gewesen. Wir blicken ja gleich auf die Quartalszahlen und einige Bereiche schwächelten schon auf Jahressicht. Collaboration beispielsweise ging ein Stück weit rückläufig und insgesamt sind, wenn man die Quartalszahlen dann anschaut, also den einzelnen Ausschnitt aus dem Jahr, die Umsätze bei den Produkten rückläufig gewesen. Und deswegen muss Cisco jetzt, so hat gestern der Chef verlauten lassen, sogar die Notbremse bei den Personalien ziehen. In der Tat wird man ca. 5% der Belegschaft hier auch entlassen. Also da schlägt man einen gewissen Konsolidierungskurs auch ein, um hier einfach gewisse Kosten auch einzusparen. Genau, das sind ungefähr 4.250 Mitarbeiter. 85.000 hat das Unternehmen gemeldet Ende letzten Jahres. Man hofft sich hier Kosten einzusparen in Zukunft. Erstmal muss man aber Kosten mit in die Bilanz packen, nämlich in Höhe von 800 Millionen wegen den ganzen Abfindungen. Und das ist aber in den Quartalszahlen schon mit enthalten, habe ich vernommen. Die bringen wir gleich mal hier mit ins Blickfeld. Genau, man sieht hier entsprechend einen Umsatz auf Quartalsbasis von 12,8 Milliarden US-Dollar. Das ist in der Tat ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal, als man noch mehr als 13,6 Milliarden US-Dollar erlöst, hat hier entsprechend die Produktumsätze, gerade im Netzwerkgeschäft, die gingen um 9 Prozent zurück, während jedoch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel den Service-Umsätzen, durchaus noch Wachstum vorhanden ist. Beim Gewinn je Aktie lag man leicht unter dem Vorjahr mit 87 Cent, also nur 1 Cent darunter. Und da hatten die Analysten durchaus auch mit stärkeren Rückgängen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie gerechnet. Und deswegen könnte man ja eigentlich meinen, dass die Aktie, weil sie sich nicht gut entwickelt hat in diesem Jahr, relativ stabil bleibt, aber weit gefehlt. Sie wurde sehr stark abgestraft und hat nachbörslich 5 Prozent verloren für einen Dow Jones-Wert. Ist das schon ordentlich? Ja, ist schon sehr ordentlich. Und da sehen wir auch später im Chart, wo die Aktie da aktuell genau liegt. Wir gucken auch nochmal in die Bilanz genau rein und was für die nächsten Jahre erwartet wird. Also die Umsätze sollen wieder anziehen, aber eben auf relativ moderatem Niveau. Die Umsatzrendite um die 30 Prozent halte ich für sehr, sehr spannend. Und es ist ja auch eine der Aktien, die tatsächlich Dividende zahlen. Ja, als Dividendenwert durchaus attraktiv. Hier sieht man auf Jahressicht, waren es immer so circa 1,50 Dollar je Aktie. Und das wird auch weiter so stattfinden, auch in diesem oder im nächsten Geschäftsjahr soll die Dividende hier leicht ansteigen. Trotzdem keine Mega-Wachstumsraten, wenn man das Ganze sich mal grafisch anzeigen lässt von den Umsätzen her und auch von den Betriebsergebnissen. Und deswegen schaut man vielleicht auf die Bewertung, die ja zumindest 2025 dann mit einem KGV von 15 für einen Technologiewert sehr, sehr attraktiv aussieht. Ja, durchaus in einen sehr attraktiven Bereich hier zurückkommt mit 15, circa 15 bis 16. Und da könnte es durchaus sein, dass auch langfristige Investoren bei diesen Bewertungen dann zuschlagen. Jetzt kommen wir nochmal auf die Fantasie mit KI. Das reimt sich sogar und Nvidia ist da mit im Board. Das ist keine Grafik, die gebaut wurde. Die findet man auch auf der Homepage von beiden Partnern übrigens. Vielleicht kann man Hand in Hand hier wieder nach vorne laufen und dann auch quasi den starken Partner Nvidia vor Augen. Ja, man will hier in der Tat mit dem Chip gegangen Nvidia quasi ein Aufbruchssignal vielleicht auch erzeugen. Und dabei geht es dann darum, dass Nvidia entsprechend die Prozessoren stellt. Und das Ganze dann kombiniert mit den etablierten Cisco-Servern und Ethernet-Switches soll dann wirklich eine höchste Leistung an Innovation hier im KI-Bereich geliefert werden. Und das sieht auch so ein Stück weit nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen nach so einem kleinen Konzernumbau fast aus. Also KI auf allen Ebenen könnte man sagen. Das hat der CEO hier auch nochmal bekräftigt. Man wird auch seine Security-Lösung, die man ja in der Cloud anbietet, hier weiter stark ausbauen und auch für KI hier entsprechend reif machen. Man hat ja auch verschiedene Videokonferenzsysteme, allen voran sicherlich die WebEx Suite. Die will man auch mit KI-Funktionen ausstatten. Und da gibt es noch weitere Segmente, in denen man hier beschäftigt ist, wo man auch das Thema KI ganz klar aufgreifen und implementieren will. Ja, nicht, dass uns irgendwann die KI nicht mehr in die Web-Konferenzen am Wochenende reinlässt. Das wollen wir nicht hoffen. Ja, wollen wir mal schauen. Aber es hat natürlich Sinn, wenn beispielsweise auch in der Familie im häuslichen Gebrauch dann beispielsweise die Kinder nach 22 Uhr nicht mehr ins Internet kommen können oder oder oder. Also da gibt es ganz viele intelligente Einsatzmöglichkeiten. Die Analysten haben auch ihre Ratings abgegeben in den letzten Wochen eher auf neutral basierend. Und dieser neutrale Fang, der nimmt tatsächlich im Zeitablauf zu, sodass auch das die Überhand aktuell hat bei der Aktienbewertung. Ja, viele neutrale Empfehlungen, einige wenige Kaufenempfehlungen. Die mittleren Kursziele sind nicht so weit entfernt von den aktuellen Kursen. Aber es gibt durchaus auch Analysten, die hier noch höhere Kursziele sehen in der Aktie. Da ist vielleicht kurzfristig kein riesiges Potenzial vorhanden. Aber sollten diese ganzen Umbaumaßnahmen, Umstrukturierungen auch wirklich wirken in den nächsten Quartalen, könnte die Zukunft doch für Cisco nochmal deutlich rosiger werden. Ja, vielleicht so ein Turnaround. Kandidat in diesem Jahr eine Null-Performance aktuell. Also da sind andere wie Motorola einen Tick besser gelaufen. Und schauen wir uns gerne dazu das Chartbild im Re-Stocks Web-Tool an. Ja, schauen wir uns die Aktie hier an. Zunächst im Wochenchart, im langfristigen Bild. Da sieht es letztendlich nach einer großen Seitwärtsrange hier entsprechend auch aus. Hier sieht man seit den Corona-Tiefs bei 32 Dollar hat die Aktie zunächst einen schönen Rand hingelegt, sich circa verdoppelt, kam dann wieder stark zurück im Jahr 2022 und konsolidiert aktuell ziemlich genau in der Mitte auch dieser Range der letzten Jahre. Wenn man dann etwas reinzoomt in den Tagesschart, sieht man auch letztendlich, wir haben zwar auf Tagesbasis hier immer noch höhere Tiefs entsprechend seit den Tiefs, die wir auch im Oktober 2022 gesehen haben. Aber von den Vorjahreshochs hier im September 2023 ist man auch ein gutes Stück weit entfernt. Ich denke, die großen Hürden auf der Oberseite oder die große Hürde liegt hier im Bereich von circa 52, 52,5 Dollar entsprechend. Dort kam die Aktie zuletzt nochmal stark zurück. Und das sieht man jetzt auch nach den Zahlen, das Gap, das es hier geben wird, entsprechend auch zur Kasseröffnung. Auf der Unterseite läuft man damit wieder relativ nah ran, auch an diesen potenziellen Unterstützungsbereich bei circa 46 Dollar. Das ist weiterhin die Marke, die es hier auch zu erhalten gilt. Ansonsten würde man ganz klar hier auch in einen Abwärtstrend übergehen. Aber solange diese Marke hält, muss man schauen, ob sich die Aktie erholt in den nächsten Handelstagen und vielleicht das Gap schließen kann. Aber perspektivisch sollte man hier einfach abwarten, bis vielleicht hier auch diese 52, 53 Dollar Hürde überwunden wird. Dann kann, denke ich, hier auf der Oberseite Momentum aufkommen. Bis dato ist hier, denke ich, kurzfristig weiterhin Range Trading angesagt. Und das nach den letzten dreimal Quartalszahlen mit einem Gap nach unten. Also das könnte langsam ein Muster werden. Das sieht in der Tat auch aus. Sowohl hier im September war es der Fall, als auch dann im November. Und jetzt auch nochmal das Gap auf der Unterseite. Also das sind durchaus erstmal schlechte Vorzeichen. Mal schauen, ob das Gap hier jetzt auch ansatzweise geschlossen werden kann. Ja, wir werden darüber berichten und auch zu diesem Wert immer wieder ein Update hier im Freestalks-Kanal liefern. In diesem Sinne sage ich schon mal, danke für dieses Update und bis kommende Woche, Roland. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020